Oh, Baseform, also ein Ballgeist. Oder ein Overfreezer. Gibt's noch was? Nee, es gibt nur die beiden, glaub ich. It's Overfreezer, nice! Ciao, willkommen beim World Tournament Summon, der jetzt hoffentlich die nächsten Tage auch direkt hochgeladen wird. Ich hab nämlich noch Videos, die die Tage dazwischen kommen können, also hab ich keine Ahnung, wann das hier alles läuft. Ja, irgendwann ist dann wieder die Zeit, wo zwei Tage gar keine Videos kommen, weil ich nichts mehr hab. War wahrscheinlich schon. Wir machen jetzt den Dragon Ball Saga Summon und den garantiert SSR Summon, von denen sehr viele Tickets gehört, hab ich bemerkt. Aber bevor wir in die Summons starten, möchte ich nochmal kurz Danke sagen, dafür, dass die ganzen Dokkan-Videos so gut ankommen. So gut wie jedes Video kommt nach einer Zeit über die 40, manchmal auch 50 Klicks. Die Upsystem hat 76 bekommen, Boss Rush 81, war ja auch ein Livestream, also danke mal noch kurz dafür, bevor wir jetzt mit den Summons anfangen. Und wir fangen an mit dem Dragon Ball Saga Summon, in dem dieselben Charaktere sind wie beim anderen. Also ich hab ja schon mal ein World Tournament Video gemacht, ich muss die jetzt nicht nochmal alle durchziehen, glaube ich. Er kriegt aber einen Dokkan Awakening, genau wie er, die beiden Piccolos hier. Die sind quasi dieselben, nur ein bisschen älter und jünger. Wo man dann auch mal dazu jetzt zwei Karten machen muss, aber die kriegen ein recht gutes Dokkan Awakening. Finde ich echt nice. Aber, naja, ich hoffe, so gut sind die jetzt auch nicht in mein Team passen, sind die nicht wirklich klein, würde ich sagen. Der Rest hier, Piccolo, Goku, die anderen, die Skipp, die bleiben alle recht normal. Die kriegen wahrscheinlich irgendwann später an Dokkan Awakening. Also hoffe ich, dass ich die kriege, die eins haben schon. Allgemein mal ein SSR, bei meinem letzten World Tournament Summon war jetzt so, also bei der Global Version, da waren nicht so viele SSRs, da war gar kein SSR bei der Dragon Ball Version dabei. Und Super Saiyajin, immerhin, ist aber echt langsam. Also jetzt nicht wie, das ist wirklich extrem langsam, die Sammeln-Ami-Animation. Das, ja, ich hab ein anderes Aufnahmeprogramm, vielleicht liegt's daran. The Women, okay, ist nicht schlecht. Das war ja der One-Hitter. Kann man gebrauchen und, ich glaube, ich hab wirklich weniger FPS wegen dem Aufnahmeprogramm. Leute, ich glaube, ich wechsle kurz das Aufnahmeprogramm, kurzer Cut. Wird nur zwei Sekunden dauern, Schnitt. So, okay, Schnitt vorbei. Ich hab jetzt auf mein anderes Standard-Aufnahmeprogramm wieder gewechselt. Vielleicht hab ich auch den ersten Summon rausgecuttet, ich weiß nicht, mal gucken. Er war echt scheiße. Es war jedenfalls Devilman. Und der zweite, auch ein SSR, immerhin. Vielleicht sogar ein SSR, muss ja nicht sein, dass die Pechstunde von Global anhält. Komm, schon geht dreifacher. Ich will einen dreifachen World Tournament Summon sehen, ja. Gut, soviel dazu. Bulma. Ich glaub, hatte die ein Dukan Awakening? Es hatten zwei Bulmas ein Dukan Awakening. Kann sein, dass die eine davon ist. Ich hab jedenfalls nicht die Medaillian gefarmt, scheiße. Aber okay, muss ich halt... Ich muss ja später noch die Pässe von manchen googeln, also... Ich kann kein Japanisch und manche merke ich mir einfach nicht. Oh, ein Schiff. Kein Rainbow, kein Instant Saiyan. Ein bisschen rumtricksen, so SSR garantiert. Ja, okay. Hab ich losgelassen, versuch mal beim nächsten nochmal. By Guys. Gibt's By Guys im World Tournament? By Guys, bitte. Es gibt keine By Guys im World Tournament. Und nein, was ist das für ein scheiß Charakter? Ich kann ihn nicht leiden. Der kann gar nichts, hab ich das Gefühl. Der ist nur da, um zu nerven. Mir so oft pisst der Typ. Eins, zwei, drei, vier. Vier Schiffe. Keine Schellnummer, Animation. Ich nehm an, die wird's hier auch gar nicht geben. So, diesmal ein bisschen rumtricksen. Auch nix, okay. Rumtricksen sollten wir, glaub ich, sein lassen. Ich warte wieder aufs By Guys oder als Overfreezer vielleicht. Nix von By... Ah, lol, aber ein SR. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass... Immerhin. Bei einer Baseform, ein SR. Hab ich schon mal hinbekommen beim SR garantiert. Wo ich mich so gefreut hab, dass er Baseform geblieben ist. Und mir schon dachte, das wird jetzt ein SSR. Aber nein, es war ein SR C16. Eins, zwei Schiffe. Instant Saiyan, Rainbow. Oh ne, wenn's so viel ist, wenn's richtig overflowtet, dann ist es meistens richtig kacke. Obwohl, der könnte dreifacher gehen. Oh. Ich glaub, hier gibt's keinen dreifachen World Tournament Summon. Ich hoffe das jedes Mal. Und es ist... Ja, es ist er. Ach, der einer der schlechtesten, glaub ich, aus dem Summon. Aber für den Anfang ziemlich gut, eigentlich. Also, wenn man gerade angefangen hat mit dem Game. Weil er gibt plus zwei Key als Leader. Aber trotzdem, ich hab den auf Global auch bei meinen ersten Summons irgendwie viermal hintereinander bekommen. Und der geht mir deswegen richtig auf den Sack, wenn ich ihn jetzt bekomme, weil dazu nix gut ist. Vielleicht kickt er ja ein gutes Dokkan Awakening. Und fuck, wie viele Schiffe waren das, hab ich jetzt nicht erzählt. Okay, wieder Super Saiyan. Ich will einen der Dokkan Awakening waren. Diese Pikolos. Die waren noch do... Ja, sonst würden die nicht ganz vorne stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dokkan Awakening waren. Und wieder die Bulma. Gut. Wird wahrscheinlich nix mit den Pikolos. Obwohl, ich hab noch sieben Tickets. Und ein Silber, das hätte gefehlt, dann hätte ich sogar noch acht Summons machen können. Aber sieben goldene Tickets, das sind noch sieben Chancen auf einen der Dokkan Awakening SSRs. Ich könnte ja nebenbei mal googeln. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich mich hier konzentrieren will. Auf Summon. Ja, aber ich will mich auf Summon konzentrieren. Und Dreifacher ist nicht drin. Natürlich nicht, weil... Dreifacher gibt's ja nicht im World Tournament Summon, wie's aussieht. Falls irgendeiner den mal bekommen hat, kann das mir ja gerne mal sagen. Oh, es ist schon wieder Kami. Was ist das? Das wird jetzt wie ein Global. Ich kick den jetzt drei, vier Mal. Aber wenn ich jetzt nur noch ihn kriege, hätte ich auch nix dagegen. Also SSRs, SSRs. Ich könnte den für Bubba Points verkaufen. Das Geil ist, ich hab den auf der Global Version seit Anfang meines Spiels circa. Ich hab so kurz vorm World Tournament gestartet. Und der ist nicht mehr UR-Awake, weil er es mir nicht wert war. Und Rainbow Super Saiyan. Kein Instant Saiyan. Wenn es jetzt wieder ein Kami wird, alter, ich flipp aus. Wenn ich schon SSRs kriege, will ich vernünftige. Es ist kein Kami. Ist das ein... Kann die irgendwas Gutes? Ich glaub, die gibt plus drei Key für STR-Charaktere. Also ein guter Support in einem schlechten STR-Team, weil es gibt auch eindeutig bessere als sie. So. Die Shang-Long-Animation will ich gerne mal sehen. Also World Tournament Summon wahrscheinlich unmöglich, aber beim normalen Summon haben schon getippert. Hat immer geholfen bis jetzt so. Das mach ich meistens bei Multisummots, wenn ich für mich privat bin, so richtig lange vorher drum rumtippen. Für Videos ist aber halt ein bisschen doof, wenn man da zehn Minuten vorher tippt. Uh, zehn Sekunden, aber trotzdem. Wer hat mir nicht? Ne, wir hatten grad ne STR-Bulma, okay. Was ist denn das mit den Bulmas? Oh, ich hätte gern General Blue, Alter. Der fällt mir grad bei den letzten vier Tickets ein. Der Stunner. Den hab ich bei der Global-Version echt super spät bekommen. Das wär nice. Also der ist immer gut und der hat hier sogar ein Doka-In-Awakening schon. Das ist nur die Frage, wann das Event wiederkommt. Super Saiyajin, vielleicht ist er das ja. Aufs Wort direkt. Was auch, jetzt wird er dreifacher und wir kriegen keinen Blue, sondern wieder ein Kami. Nein, okay. Also doch ne Chance auf Blue. Oh, nicht Blue. Bunny-Bulma. Ich glaub, jetzt hab ich jede Bulma aus diesem Sammeln bekommen. Drei Stück gibt's? Ja, ich hab alle drei Bulmas jetzt so. Gut. Hab ich jetzt mein eigenes Bulma-Team. Aber die Bunny-Bulma hat, glaub ich, sogar ein ganz gutes Doka-In-Awakening gehabt. Ich hab ein paar Medaillen gefarmt gehabt. Ich weiß nicht, ob sie reichen für sie. Hab ich ja die Schiffe nicht gezählt. Super Saiyajin. Einfacher. Zweifacher. Wieso mach ich das überhaupt? Er geht doch eh nicht zum Dreifachen hoch. Wen hab ich? Ich hab grad einfach null Reaktion gezeigt, weil ich den schon habe. Ich weiß nicht mehr, woher. Ich muss ja schon mal eins haben und gemacht haben. Und dann hab ich ihn bekommen. Und ich hab das Gefühl, seine Pässe funktioniert nicht. Man kriegt wohl einmal in der ersten Runde plus vier Key oder sowas und das hat nicht funktioniert. Oh, Satan. Rechts war ganz schön schlecht. Oh ja, das wird ein Rare. Ich würde bei Gott weh, es ist dieser Inder-Typ von Gado oder ist es hier Agent Black oder sonst was? Es ist Bakterian. Ich glaub, das ist aber der beste Rare immerhin noch. So, letzter Summon. Kein Rare, bitte noch ein SSR. Und zwar einen der Doka-Awakening-Charaktere. Mange ich mal nachgucken, ob die das waren, die sich Doka-Awaken lassen. Instant Saiyan, Rainbow. Oh nee, das ist wieder so viel auf einmal. Aber da haben wir vorhin Kami bekommen. Den Gott himself. Jetzt mal wortwörtlich. Und unser letzter ist... Zeigt eigentlich. Könnt also... Die meisten kennen sie wahrscheinlich eh. Da muss ich jetzt nicht so viel zu sagen. Soll ja kein 20 Minuten Video werden. Und davon haben ein paar Doka-Awakening bekommen. Die ich... Also das sind alle, die die jetzt hier auf dem Banner sieht. Wollte gerade sagen, die kann ich euch noch zeigen. Aber ja, die da eben. Den Tech-Koko habe ich übrigens schon. Wir haben ja ein Ticket bekommen vom World Tournament. Da habe ich ihn bekommen. Rainbow. Oh, wäre nice, wenn es ein By-Guys gewesen wäre. Auch wenn es eh garantiert SSR ist. Hier hätte ich aber gerne einen Dreifachen dann wenigstens. Oder auch nicht. Und unser erster ist ein World Tournament Charakter mit einem Doka-Awakening sogar. Beerus. Finde ich ziemlich nice. Weil der kriegt Attack plus 90 beim Doka-Awakening when performing in Super Attack. Und 1500 Leben pro Keykugel, die du einsammelst. Ich werde ihn jetzt nicht als Leader benutzen, aber vielleicht in einem Mono-AGL-Team da ich noch nicht so krasse Units habe. Auf jeden Fall nice. Ich mag den Beerus. Instant Saiyan. Vielleicht dreifacher. Oder vielleicht ein It's Over-Freezer oder sowas. Das gibt es ja wohl auch, wenn er nur einfacher Super Saiyan geht. So, und Numero Dos ist... Ja! Oh, das hypt mich. Ich weiß, diese Karte ist nicht besonders gut, aber ich feiere das Art. Das habe ich im letzten World Tournament Global Summon schon gesagt, glaube ich. Ich feiere das Art, derbe. Diesen aufgepumpten Raum von Geist und Zeit-Goku. Den finde ich nice. Das ist einfach eine Karte, die ich fürs Collecten haben will. Das ist nice. Eins, zwei, drei, vier... Vier Schiffe. Instant Saiyan. Kein Rainbow. Wieso sage ich das überhaupt alles an? Wir kriegen doch eh in SSR. Geil wäre es nur eben, wenn er auf Super Saiyan 3 geht oder so. So. Und... Wieder eine World Tournament Karte, die nicht mal schlecht ist. Das heißt nicht mal... Die meisten sind davon nicht schlecht, außer als Vegeta oder so, aber... Der ist verdammt gut für ein Mono-In-Team. Das ist ziemlich nice. Ich mag den Baruch. Seine Passive ist auch ganz nice. Irgendwie plus 3 Key und Attack plus 4.000 oder so. Halt nur, wenn er einem Gegner gegenübersteht, aber trotzdem. Eine ziemlich solide Karte mit einem Dokkan Awakening. Oh, das hypt mich. Aber wen awake ich jetzt? Ich habe drei Stück schon davon. Oh, Baseform. Also ein Bye-Guys. Oder ein Over-Freezer. Gibt es noch was? Ne, es gibt nur die beiden, glaube ich. It's Over-Freezer! Nice! Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, wir haben jetzt zwei davon. Ähm, Dupe-System wahrscheinlich. Der Part links oben, dafür braucht man ja den Super-Tech Level 1. Na gut, nehme ich halt an. Ja, kann mich nicht beschweren. Also doch eigentlich schon, weil ich bin jetzt nicht vorhat, mit dem Dupe-System auszubessern. Aber jetzt kann ich es halt. Immerhin, Edition und Attack und sowas. Ganz gut für ein Free-to-Play-Team vielleicht. Da kommt schon Stufe 3. Nein, okay. Dann bleibt es so weit im It's Over-Freezer. Als große, spannende Mittelgeste. Lol! Der gehört nicht zum World-Tournament-Banner. Interessant. Moment mal, nice! Der hatte ja sogar einen Rebirth auf dem Trunks-Event. Äh, vor dem Trunks-Event. Bei 21, 25, 35 Medaillen. Keine Ahnung. Er hatte ja einen Rebirth. Nice! Das war gar nicht mal so scheiße, glaube ich. Ich meine, mir das angeguckt zu haben. Also der Leader-Skill ist schlecht. Oh, wieder ein Ball-Guys. Aber der sollte sonst eigentlich ganz gut sein. Irgendwas war mit seiner Passive ganz nice. Ich glaube, plus 3 Ki oder sowas auch. Oh, normales Ball-Guys. Nice! Und? Ich wollte gerade sagen, wer ist denn das? Aber das ist der Kaioken Goku, der auch ein Awakening bekommen hat mit einem ziemlich nice Art. Ich glaube, der war auch so, dass so öfter er attackt, desto stärker wird er. Jetzt habe ich schon so viele, die ich awaken kann, aber ich kippe doch nicht genug Medaillen zusammen. Wenn der Rapicolo gibt es, dann gibt es dann noch die alle hier. Und, ja, das war es eigentlich. Und die aus dem Dragon Ball-Sagas-Ticket, glaube ich, kann man damit awaken. Nein, kein Ball-Guys. Ich glaube, das wäre jetzt unser vorletztes Ticket. Wäre nice, wenn er jetzt mal Super Saiyan 3 geht, komm. Nur für den, nur für den, keine Ahnung. Für, nur für das Ansehen. Wäre doch ganz schön. Ey, nee, das ist jetzt nicht mehr lustig. Also mit einem hätte ich links nach oben öffnen können. Aber was sage ich denn mit zwei davon? Zwei Dupes. Einmal zum Super Attack Level oder... Ich weiß nicht, was brauchen wir denn für rechts oben? Hier, ähm, One Enemy 3 und 4000 oder so stand da. Ich glaube, rechts oben braucht man Super Attack von zwei oder drei oder so. Ja, nice. Dann bringt mir das zweite eigentlich gar nichts. Gut. Wo, wie viel in Land ist jetzt? Jetzt hat er vier, fünf. Base Form. Oh, und nochmal zum Schluss ein Ball-Guys. War doch das letzte Ticket, oder? Das müsste das letzte gewesen sein. So, zum Schluss ein Ball-Guys. Ja, ein stinknormales Ball-Guys. Und weh, ist es noch ein Bardock. Ich schwör bei Gott. Oh, scheiße. Da wäre mir ein Bardock lieber gewesen. Das ist der, von dem ich vorhin meinte, dass er einer der Schlechten aus dem Banner ist. Aber es haben viele aus dem Banner ein Doken Awakening bekommen. Vielleicht kriegt er ja auch eins. Und wird dann endlich nützlich. Und jetzt klicken wir mal alles aus, außer die SSRs, damit wir sehen, was der Fang von heute so war. Na, die URs sollten wir auch ausmachen vielleicht. Obwohl, nee, auch Acquired. Gut, ähm. Okay, da habe ich übrigens letztens bekommen. Bin ich übelst halb. Guck, mein Mono-SDR-Team ist jetzt noch tausendmal besser. Das Helle habe ich aus dem SR garantiert zusammenbekommen. Auch ganz nice. Gohan habe ich mit Gogeta bekommen zusammen. Und da oben sind jetzt die Wurteinungen-Charaktere. Naja, Kami, Vegeta ein bisschen unnötig. Und der Rest. Okay, drei Bardocks. Aber trotzdem, der Rest ist eigentlich... Ist uns so nieder zusammen gewesen, würde ich sagen. Gibt jetzt nichts, wo man sich beschweren könnte, außer vielleicht eben beim Vegeta. Da schicke ich dann meinen Kumpel, auch um anzugehen natürlich. Wird vielleicht einen der Bardocks-Ding etwas anderes tauschen. Weil drei Stück ist schon heftig viel. Mit dem Programm habe ich übrigens vorhin aufgenommen. Da komme ich immer drauf, wenn ich auf Homejucken möchte. Das geht mir echt auf den Sack. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Summon heute. Ich muss den ja jetzt noch schneiden. Wahrscheinlich kommt der... Ja, der kommt wahrscheinlich, wenn das World Tournament vorbei ist erst. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauert. Im World Tournament-Video sollte aber schon da gewesen sein. Bis wahrscheinlich. Wir sehen uns beim nächsten Video werden wieder. Was? Ist jetzt ne gute Frage, was das sein wird. Ich hab keine Ahnung. Auf Global müsste bald Omega Shenlong kommen. Vielleicht mach ich dazu was. Aber sonst fällt mir grad nicht großartig ein, was ich machen könnte. Vielleicht krieg ich ja nochmal Tickets oder sowas beim Ende vom World Tournament. Da könnte ich was machen. Oder ich zeig mein Mono-SDR-Team gegen verschiedene Charaktere. Keine Ahnung. Jedenfalls, irgendwas werde ich schon finden. Bis dahin, lasst ein Like da und abonniert mich, weil ich es noch nicht gemacht habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Glück nochmal beim Banner, bevor es endet jetzt. Tscharnobyl, danke fürs Zusehen. Ciao.